Ja moin, das hier ist ein etwas anderes Video. Manchmal segnet der Handgott ein mit einer ganz besonderen Runde, wo alles genauso klappt, wie man es will, oder zumindest größtenteils. Und genau das war sie. Also holt euch was zu knabbern und genießt die Show. So, das Ende sind zwei Minuten. Lass das Horstchen machen, aus der Drosser, mit der wird nicht. Ich will mich hier draufstecken. Die Drosser ist angekippt. Der leuchtet wieder. Ich brauchst du noch nie. Ich hab zu fliegen hören. Weißt du noch von wo? Nee, geht da und. Aber ich weiß von wo wissen. Ja, äh... Ja. Mein Sohn, du wirst euch viele Schmerzen erleiden. Ich lebe Mama. Habt ihr einmal mit Gift gehittet? Ich sehe es aber nicht. Der andere ist oben drinne. Ups... Und das. Wir gehen jetzt schon auf den Bums. ich habe also ich habe nur ganz ich habe diese zwischenmacht gehört bevor die bei uns war ich habe gar nichts gehört ich war aber auch gerade sehr brainer aufgaben müssen zu gehen das machst du aber so macht ja das ist ein weiter pürger richtig fett bus bauen also passpanischen ja wir können es probieren ich meine was sie für den klatschers aber noch weiß ich fahr trap hier im dings also achtung vor dem hörgarten und 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 Ich bin da, ich bin da. Hilfe. Ich brauche zu, oder soll ich? Mach einen. Ich hab einen. Hier unten sitzt einer. Ab ihn. Der ist neben mir, Alter, mit einem Bogen. Der mit einem Metabos. Der ist neben dem. Und der hat... Crossbow. Oder so. Dein Kollege dann. Der ist hier so Richtung Irrgarten. Ich hoffe, dass wir das sind. Warte mal, du hast unten einen gelegt, ne? Naja. Ja. Den großen unten, oder? Ne, im Foyer. Ich hätte hier eine Focke. Warte mal. Wer ist bei dem Klavier und was? Ich hab dich hier irgendwie gesehen. Ne, da hinten. Ne, das ist mehr anders. Das ist weiteres Team. Ich hab hier vertrappt. Achtung, gar nicht mehr lang gehen. Unten ist dann einmal... Unten ist immer Muni. Pass auf, der muss es sein. Ja, ja. Ich bin das hier aber... Wie weiß ich. Was ist das? Ich kann es mal... Was ist das? Weil ich... Warte mal. Warte mal. Das geht auf Halsschmissen. Oh shit. Gewalt dich. Ja... Aua. Ja, durch die Tür unten ist das Haupttür. 20 Meter. Haupttür unten sitzt er. Neku? 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 Jonas, ich versuch den Bus zu clashen Neku? 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 Kommt unten rein Alter Da ist ja das Oh Gott, hier ist noch einer unten Unten ist noch einer Schön Oh hier warte, hier ist ein Emo drinne Alter Ich bin ehrlich, ich bin sauer Wenn ich die Wenn ich die Lebell spiele, bin ich immer sauer Das war noch gut Ich banish den jetzt instant Ja Weil ich brauch auch einen Steht schon wieder ein Emo unten drin Ja da Da kommt grad einer Irgendwo Special Ember Steht schon unten drin Oh Fuck yes Hast du hier irgendwas? Upper cut? Naja, wir sind wieder umzüngert Ja Pass, ja auf Oder ne, war so, wie ist das ja? Ne, nur oder wir war oft, oder? Ne Echt? Nein, das ist ein anderes Team Oh Wie kommen sie nicht hoch? Ist das das andere Bounty? Ist das das andere Bounty? Ist das das andere Bounty? Ach schön Cool Ich könnte es saugen Oder? Ja Oh Gott schau Fuck Team, ich bekomme Ist nicht Du könntest mich holen Und viel Glück Ja ist gut Oh das tut weh Oh das tut weh Ich glaube da ist noch eine tolle Falle gespielt Oh nice Oh schön Die stellen wir alle durch unsere Fallen Ich glaube da spawnen die Ja 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 sauge bitte Sauge bitte Guck dich bitte um Einer Zwei 315 Und zwei hier vorne 135 16 Könnte mich wer holen? Necro vielleicht Ich muss ganz kurz gucken ob ich hier irgendwas Ich muss ganz kurz gucken ob ich hier irgendwas Der war rechts Oh schön Oh schön Da ist noch einer aus hier Was? Da ist noch einer hingeladen glaube ich Du denn? Oder? Nein Das lache ich ja Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich spritze mich Ich spritze mich Hossi nein die können auch looten Hier ist jetzt einer drinnen Ja ich hab's gesehen dass er noch nicht hier drin ist Ja ich hab's gesehen dass er noch hinten drin ist Zwei stück Der ist hier einer Der ist hier schon drinnen Der ist hier schon drinnen Wieso sind das denn so viele ich checke hier gar nichts mehr Ich glaub wir sind links geraten Wenn das Oh alter Ich hab mich gar nicht gesehen Ich hab's gesehen Junge Jetzt Junge Äufer Hä? Ich muss mir schnell die Spritze geben Schnell Spritze Der ist rumgelaufen Der ist rumgelaufen Hier oben ist noch einer Das ist noch einer Der tut Ich check hier gar nichts mehr Hä? Was ist denn hier los? Das ist die Achtung Nur dass da kommt einer Oh schön Schön Ist nur noch der oben bei Russo Boah sie hat die gemeift Alter wir haben sie Wir haben sie Jungs Alter wir haben sie gewonnen Wir haben sie Alter Alter Oh Alter Easy genass Junge Ist das Adrenalin? Ist das Adrenalin? Boah Junge Junge Jetzt kommt das geile Looting time In die Fresse Oh Mann Alter Oh Richtig schön Richtig 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 Schön Ich hab Leute weggemacht Thorsten hat Leute weggemacht Jonas hat Leute weggemacht Und die Fallen Das war alles so schockier Boah Boah hat das geschmeckt Mein Freund hat sonst gar nicht Alter Ich hab das sonst gar nicht Ich hab das sonst gar nicht Alter Ich hab das Hol Ich hab das Du bist Du Her Das Du sc